Klein- und Mittelbetrieben wird das tägliche Geschäft durch Überreglementierung erschwert. Wir wollen uns um unsere Gäste kümmern und nicht irgendwelchen Vorschriften nachlaufen. Wir haben so viele überschießende Vorschriften, da braucht es einfach einen Rückbau, ohne dabei die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gefährden. Deswegen fordern wir einen KMU-Check für jede Gesetzesvorlage, eine Reduktion der reglementierten Gewerbe auf ein absolutes Muss. Wir verstehen überhaupt nicht, warum die Einträge ins Firmenbuch in Zeiten wie diesen Kosten verursachen. Das muss viel einfacher gehen. Die Sharing Economy arbeitet heute in einem Graubereich. Hier braucht es klare Regeln, ein Level-Playing-Field für Gewerbe und diese Online-Anbieter.